Hallöchen Leute, willkommen zur fünften Episode von Minecraft Story Mode. Ich bin Davy und ich tue euch natürlich ganz herzlich zurück. Begrüßen, ob es alle neuen Abonnenten, alle neuen Tourer und Nicht-Abonnenten sind. Wir starten gleich mit der zweiten Episode von der ersten Staffel. Lasst uns loslegen. Angelegenheit und Wurzeln können die Wurzeln führen. Und wenn die Welt in den Dangenen sind, die Fäten auf die Ordinary aufnimmt. Wenn die Welt in den Dangenen sind, der Fäte zählt, die Ordinary zu machen. Und die Ordinary zu machen. Und gehen auf die Reise, die sie nur erwähnt haben. Unsere Heros, zusammengekommen durch die Welt, müssen jetzt suchen die Hilfe von einem legendärer Inventor. Aber die Frage bleibt, ob es genug ist, um die Welt zu retten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir sind zurück in Aether. Das Schweinchen ist mit, juhu. Und sie grins für die Sau. Das ist so cool! Ich hoffe, dass du das alles brauchst. Eligard war wahrscheinlich gegen die Zombie-Pigmen mit einer Hand, und die Redstone mit der anderen. Das ist unglaublich! Dank an diese Reise, werden wir hier in kein Zeitpunkt. Wenn wir nicht die Ordnung wieder bekommen, wird die Widerstorm alles essen. Wir kommen zu Eligard, kommen sie, um uns zu helfen, und wir werden die Welt zu retten. Ich hoffe, dass du richtig bist. Wir stehen definitiv eine bessere Chance, mit Eligard zu helfen. Äh... Jesse! Oh-oh! Oh-oh! Der sucht wieder! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Kacke! Der Spannkartner! Prüfer! Wieder ein Quicktime-Event! Die Spannkarten! Die Spannkarten! Scheiße! Jetzt haben wir gearscht! Mach was über das Gas! Okay, denk schnell, Jesse. Was wählen? So... Du weißt das! So long as you really know what you're doing with it. So. Yeah, skewered! Ha! Sehr gut, stays down. Schmoinschön. Ruben. Schweinschöpäb. Okay, we're all set to go again. Hitting the power tracks. Now! Time to move, buddy. Let's go! I never doubted you for a second, but... But that was incredible. Maybe we have a chance of getting to Eligarde after all. Look! There's the sign! Redstonia! Redstonia, here we come! All the same! We're coming to Redstonia! Okay, that's the next portal. One of the greatest Redstone builders in the world! Wow! Who would have thought that someday I'd really get to visit Redstonia? Eligards capital city of engineering. Incredible! Do you think Eligard will be willing, you know, to help us? Let's hope for us. I hope for a while. Let's hope for a while. Let's hope for a while. Of course, we have to hope for a while. Was für eine stimmungsvolle Musik. Okay, eine Brücke taucht auf. Okay, kommt das jetzt in jede Episode, das ist das, alles klar. Interessant. Das ist das, alles klar. Ja, ich möchte Sie wissen, wie viel ich liebe und liebe, jede und jede und jeder von Ihnen. Ihr hartes Arbeit inspiriert mich jeden Tag. Jessie, da sie ist. Ich bin jetzt in meine Dome of Concentration, wo ich nicht reachable für die Vorbereitung. Aber ich werde emerge, wenn ich meine letzte und größte Kreation habe, die Kommand Block. So please, continue working, continue building, and whichever person most impresses me, they shall be my protege. Okay, ready to help usher in a new era of innovation and creativity. Calvin, throw the switch. Jesse, we need to get there before she totally locks herself in. Scheiße, das war's wohl. Spitzel. Excuse me, Mr. Calvin, was it? We need to speak to Eligard, it's urgent. Oh, I'm afraid that's quite impossible. Did you hear the speech? She's on lockdown until she completes her next great invention. But lucky for you, I'm here. How can I help you? Ich meine, ich bin kein Eligar. Aber ich bin trotzdem ziemlich cool. Kannst du her eine Message geben, bitte? Nein, ich bin nicht. Look, ich kann sagen, dass du nicht von hierher bist. Level mit mir. Wer bist du? Warum musst du sehen Eligar? Wir machen nicht tours dieser Zeit, muss ich dir sagen. Ich bin hier um den Orden zu reassemblern, all right? You know the Order? Eligar's old gang? Hmm, you must admit that this all sounds a little outlandish. Jesse, show him the amulet. Look, this is Gabriel's amulet. It's how I got here. It's how I found Eligar in the first place. Oh my. Well, that is interesting. If you'd like, I could send that to Eligar. Maybe that would help your mission. Might not be a bad idea. Okay, sure. That would be great. Nein! Warum hab ich's gemacht? Kacke! Nein! If I'm not mistaken, that should go right to Eligar's private office. I might be wrong. Could be wrong. Verdammt! Verdammt! Kacke! So, ein Misskalt! Oh, das war aber mal falsch übersetzt. Oh, Kühe. Und das Schweinchen freut sich. Ja, das war für den Arsch. Aber sowas von. Sehen wir uns mal an den Springbrunnen aus Lava. Obwohl, wo gehst du da gerade hin? Ich hab keine Ahnung, wie es funktioniert, aber das ist ziemlich großartig. Was mit dem da? Hi! Hey! Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Hier, um die nächste große Revolution in Entertainment sehen? Ja, klar. Das ist ziemlich großartig. Definitiv das Art von Kreation, die Eligar's future Protégé hätte machen können. Nein? Well, actually, I was wondering, can you spare a repeater? Oh, sorry, friend. Uh, actually just used my last one on this puppy. Uh, one of the key components that helps the cows dance. Ha ha! What am I looking at, exactly? This friend of mine is the Bovine Lava Disco. Ha ha ha, okay. Perfect fusion of my two loves, cows and music. Eligar's gonna see it and make me her protégé for sure. Need a hand with anything? That's mighty groovy of you to offer, uh, but I'm doing just fine, thanks. So long as that dunderhead sticks over there. I'm actually gonna keep on, keepin' on. Enjoy the dancing cows. Just stay away from that little, uh, schoolboy, all right? He's never had an original idea in his life. Dann reden wir vielleicht mal mit dem Schuljungen. Als erstes. Oder als zweites. Hey, hey, what's up, what's up? Hier, um die beste Maschine, die ever graced Redstonia's shore. Some people say I lack modesty. Some people just aren't as great as I am. And some people are idiots. Tell me about this machine of yours. It's freakin' huge. The mighty McMaster 9 million? Yeah, it's huge! It's bigger than huge. It's immense. Does it do anything other than be big? It walks, I think. But most importantly, it'll totally nab me the spot as Eligar's protégé. Why am I telling you all this? I'm trying to become Eligar's protégé over here. And you're probably all in cahoots with that disco weirdo over there. I'm pretty sure he just enjoys torturing cows. Been real chatty with that disco friend of yours. What's he been telling you about me, huh? He's just jealous. Doesn't think I deserve to be Eligar's protégé. I told him I wouldn't tell you this, but he thinks you lack creativity. That you're not. Because he kind of says that you steal your ideas. All of them. That no good dirty... Disco-freak! A bit of chaos on the right side. You steal all my ideas, huh? That's what you're telling people. Guess I just call them like a Sam. Oh, you are just... Well, you know what I call that? A bunch of cow. Oh no, my machine! Oh, my cows! Oh, something's gone wrong with the clock circuit. Oh, the lava isn't switching with the water. Oh no, you're amazing invention. You! You did this! Hey, I am not taking credit for any of this. That machine's been a cow death trap since block one. Oh, my cows! Oh, my poor cows! Oh, my cows! Bisschen Fleisch. Mmh. So, aha, man wenigstens. Du hast eine Verstärker gestohlen, klar. Warum net? Ist doch ne coole Sache. Was ist das jetzt bitter gewesen? Alles klar, der Wechselgrad von Ding. Einsehen. Okay. Können wir mit ihm noch mal reden? Reden wir mal mit dem Schuljunge. Okay, das ist das einzigste, was er mit uns redet. Gut, Mech ansehen. Sehen wir mal diese Mech an. Das sieht schon eigentlich beeindruckend aus, wenn man sich so überlegt. Nur das TNT vorne dran, das muss ja echt nicht wahr sein. Gut, gehen wir jetzt hier mal weiter. Gut, was haben wir sonst noch hier? Flying Machine, okay. Reden wir mal mit Sandy. Hallo! Hey, hey da, ich bin Sandy und was du vor dir sehen, ist das Zukunft. Das Zukunft sieht ein bisschen wie eine Lumpel von Slimeblocken. Ah, nicht die Lumpel verlieben. Das hier ist eine genühe Flying Machine. Okay. Hast du einen Verstärker? Okay, jetzt wählen wir mal vor, dann scheinst du keine Höhen anzuhaben. Ja, klar. Wir sind mal so unverschämt. So, wo haben wir Truhe? Öffnen. Was kriegen wir? Super. Haben wir keine andere Möglichkeit, hier etwas zu organisieren? Anscheinend nicht. Schade drum. Ich hätte gedacht, wir kriegen hier noch jetzt, ähm... Was? Oh, Autofarmer. Was ist ein Autofarmer? Ich glaube, sie fliegt wirklich gerne. Ja, das ist ein Verstärker. Ja, das ist ein Verstärker. Ja, sie hat einfach nur aufgenommen. Ich glaube, sie hat wirklich geflogen. Mhm. 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 Okay. 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 Ich glaube, ich werde sie einfach gegeneinander wieder draufheizen. Die zwei. So, gibt es hier eine Möglichkeit? Ne, anscheinend nicht. Schade drum. Schade drum. Okay, das heißt, wir müssen zum Katapult da drüben hin. So, wo ist das Katapult? Der ist der Katapultfreak. Ja. Rede mit Mabel! Hallo, da. Ich, äh... Ach du Scheiße. Katastrophale Stimme. Alles klar. Alles klar. Okay. Mhm. Okay. Oh, all die Katapulting ist wirklich problematisch. Du denkst du, sie könnte stoppen? Hoho. Oh, well, she's just gonna have to suck it up. No way. Das ist unter deinem Niveau. Los, mach es doch einfach die arme Kuh. Komm schon. Komm schon, ist das nicht hinter dir? Du hast ja schon den Katapult perfektiert. Wahrscheinlich. Wolltest du nicht, dass du deine Atenung an neue Pursuen verhörst? Du hast eigentlich viel Spaß gemacht, Freund. Vielleicht ist es Zeit, mein nächstes Mal zu sein. Huh. Danke, dass ich mir meine頭 richtig rauskriege. Hm. Vielleicht ein Tremouché nächstes. Mhm. Okay. Dann haben wir das auch eventuell jetzt schon geklärt. Ich will eigentlich mit dem alten Mann reden. Hi, da. W-what? Guck, du musst da sprechen. Oh, ich habe gerade gesagt, hi. Viel besser. Was kann ich für dich tun? Willst du meinen TNT-Kanon sehen? Willst du was sagen? Sprich jetzt! Kannst du uns in den Dome kommen? Was? Ich kann dich nicht hören. Aber wenn es um den Elegards Dome geht, dann kann ich das nicht. Ah, ja. Sorry. Hast du einen Repeater, den ich benutzen könnte? Sorry. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie ist deine Maschinenarbeit? Es ist immer noch ein Werk in Progresso. Aber dann wird es dann Leute hoch in den Luft, damit sie sich um die Meilen herum sehen können. Cool. Theoretisch. So, versuchen wir mal zu öffnen. Vielleicht geht's. Ah, jo. Ich glaube nichts wert. Und der steht einfach nebendran. Ist echt witzig. So, Energiequelle. Okay. Okay, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. So, ich glaube, der war's. Das ist nicht super einfach. Sehr gut. Ich arbeite an dem, Olivia. Die sind nicht genau labeliert, du weißt. Mhm. Der Schuss ist auf. Okay, gut, gut. Und noch der hier bestimmt. Bam. Die Tür öffnet. Yep. Sehr gut. Und ab. Ladebildschirm. Das Schweinchen. Ich mag das Schweinchen. Ist voll cool. Ach du Scheiße. Hier ist es. Eligards Redstone Laboratory. Sieht mehr als ein Entrance oder ein Foyer oder was. Oh. Oh. Ich hoffe, sie kann uns eigentlich helfen. Was. Das hoffe ich auf jeden Fall. Ich bin nicht hier mit dem Part und wir sehen uns bei der nächsten Episode, in dem wir eine Runde Fynde Elegat machen. Euer Dewey. Tschüssi. Kowski.